Ich gebe es zu, ich habe einen Narren gefressen am Brettigau. Das Tal hat nicht nur hübsche Dörfer, es ist eingebettet in eine rauhe und eindrückliche Landschaft. Und die haben die Walzer vor Hunderten von Jahren für sich entdeckt. Die Gegend ist vor allem von den Einheimischen geprägt, von waschechten Brettiger, die schon seit Generationen hier hausen. Mich interessiert es, wie die Brettigauer so dickend, was sie antreibt und wieso sie sich «du» sagen und aus dem Auto winken, auch wenn man sich nicht kennt. Und warum sie alles so hübsch finden. Das und noch viel mehr, weil ich in meinen Gesprächen herausfinde. Die hübsche Landschaft hat Menschen in Brettigau geprägt. Aber losend und losend auch selber. Das Brettigau ist für mich das Tal, wo die Leute einander noch kennen und wo man einander «du» sagt, eigentlich ohne, dass man weiss, wie der Gegenüber heisst. Wir probieren, miteinander anständig umzugehen. Und auf das sind wir auch speechig stolz. Das Brettigau macht für mich Leute und Land aus. Ich glaube, ein solches Tal lebt nicht von gewissen Originalen, sondern das Tal lebt eigentlich von allen Leuten. Jeder trägt etwas bei an so einem wunderschönen Ort. Die Kuh ist für mich Heimat, die Kuh ist für mich Boden. Es ist für mich Stärke, Kraft. Also wenn ich im Ausland bin und ich höre an Kuh klicken, dann komme ich Heimat. Ich habe sehr gerne eine gepflegte, wunderhübsche Wiese für mich. Auch zum Anschauen, Meiersass und hinten die wuchtige Felswende. Das ist für mich Gewürz. Das ist für mich Leben und Herausforderung. Und das macht meine Seele glücklich. Warum bin ich da? Warum bin ich da geblieben? Und ja, das ist ja die grosse Frage. Und auf den ersten Blick ist das ja eigentlich nicht einleuchtend. Warum, dass wir eigentlich, wie ja viele so leidsagend, im Potenzialarmen rumbleibend. Ich finde es lässig, dass man da so um die Ecke geht, dass man kaum nach Graubünden kommt. Um die Ecke, zack, ist man schon da. Ich finde das super. Und es ist unprätentiös. Die Brettigau ist überall hübsch. Und hübsch kann man nicht steigern, weil hübsch ist hübsch. Und ich finde es auch sehr sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020